Willkommen zu den Vivi und Omi-News. Der Omi-Token ist massiv am Punkten. Was ist der Grund dafür? Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall auch noch den nächsten Comic-Job an. Unter anderem kennen wir noch, was mit den Disney-Prostern los ist. Das und auch wirklich sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen on board, ich bin's dein Captain, dein Vivi Ujimi. Den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute mit einer Menge, Menge auch Omi-Token-News mit dabei. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, bleib definitiv bis zum Ende des Videos mit dabei. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle auch tatsächlich direkt mit dem Omi-Token. Und zwar gibt es nämlich jetzt einen neuen Artikel und zwar nämlich Omi Reward Tears. Und das ist ein Artikel, der gestern released wurde. Und daraufhin hat der Omi-Kurs auch relativ positiv schon bis jetzt reagiert. Insgesamt in den letzten 24 Stunden roundabout 20% nach oben gegangen. Schauen wir uns doch jetzt aber an, was hat das jetzt hier damit auf sich? Was soll das Ganze bringen? Ich habe das an dieser Stelle hier einfach mal mit dem Auto-Übersetzer hier für euch auf Deutsch übersetzt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Im Prinzip ist es ein Treueprogramm, womit ihr im Prinzip MCP-Punkte sammeln könnt. Und MCP-Punkte, wissen wir, werden auf jeden Fall eine große Relevanz auch in der Vivi-App spielen. Seien es für Accessories und so weiter und so fort. Also hier auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr interessante Kombination. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, ihr müsst Omi-Token in der Vivi-Wallet halten, um diese MCP-Punkte zu bekommen. Mehr dazu könnt ihr auch hier nochmal zum Master Collector Programm dann lesen. Ansonsten, ich werde euch natürlich auch den Artikel hier dann unter dem Video verlinken. Schauen wir uns doch an, wann soll das Ganze eigentlich hier starten. Und zwar hier im Prinzip Phase 0 soll jetzt tatsächlich auch relativ zeitnah anscheinend dann auch beginnen. Denn Vivi freut sich, den Start der ersten Phase der Einführung von Omi Reward Tier Season Zero bekannt zu geben. Das heißt meiner Meinung nach jedenfalls, dass es dann jetzt sozusagen auch beginnt. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht nur MCP-Punkte über die normalen Collectibles oder auch Comics bekommen, sondern auch über den Omi-Token. Jetzt wird sich da einander fragen, okay gut, wozu brauche ich denn so viele MCP-Punkte? Wir wissen es zum momentanen Zeitpunkt noch nicht. Ich denke aber nicht, dass es ein Move ist, der einfach wahllos so hier entschieden wurde, sondern dass das hier auch wirklich einen Grund hat, warum man jetzt so viele MCP-Punkte eigentlich bekommt. Ich gehe davon aus, dass es an dieser Stelle sehr, sehr wichtig sein wird für das Vivi-Verse. Ansonsten, wie bekommt ihr das Ganze überhaupt auf die Vivi-Wallet? Dazu habe ich auch ein Video gemacht, Omi von Layer 1 auf Layer 2 und zurückschicken. Ganz, ganz wichtig für alle Leute, das Vivi-Wallet ist auf dem Layer 2 auf Ethereum und normale Börsen und so weiter sind auf dem Layer 1. Ihr könnt nicht direkt von Layer 1 auf Layer 2 Sachen schicken. Das funktioniert nicht, macht das bitte nicht, denn dann verliert ihr all eure Token. Schaut euch bitte das Video an, dann seid ihr auf jeden Fall deutlich sicherer unterwegs. Ich werde euch natürlich auch das Video unten verlinken. Ansonsten schauen wir uns das Ganze mal hier weiter an. Was steht hier noch alles so drin? Insgesamt gilt das Gleiche wie auch bei den MCP-Punkten. 24 Stunden Zeitraum wird das Ganze berechtigt. Das heißt, wie viele Token habt ihr dann sozusagen auf der Wallet? Und natürlich ganz wichtig, gibt es hier eigentlich ein Maximum an Token, die man haben kann in der Wallet? Und ja, das gibt es tatsächlich und das finde ich auch sehr, sehr gut. Und zwar nämlich 10 Millionen Omi-Token sind sozusagen berechtigt, die MCP-Punkte zu sammeln. Mehr Token werden dann sozusagen nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, wenn ihr sozusagen 11 Millionen Token in der App habt, dann werden nur 10 Millionen berücksichtigt, hier auch euch MCP-Punkte zu farmen. Das wird natürlich jetzt ein sehr, sehr interessantes Game für alle Leute, die relativ wenig MCP-Punkte in der App durch Collectibles bekommen, aber zum Beispiel sehr viele Omi-Token besitzen. Das wird sehr, sehr spannend. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob ich jetzt von meiner Cold Wallet ehrlich gesagt ein paar Omis rüberschieben sollte oder nicht. Ich persönlich halte mich jetzt erstmal gerade noch zurück. Ich habe 100.000 Omi auf meiner Wallet und damit warte ich jetzt erstmal ab und schaue, was sich auch da in einem MCP-Punkt tut. Wir wissen bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie viel Omi-Token ein MCP-Punkt bringen. Deswegen müssen wir uns an dieser Stelle erstmal noch gedulden oder auf weitere Updates warten. Und ein Update gab es tatsächlich auch und zwar nämlich hier beim Omi-Token-Portal. Und zwar, wenn man nämlich jetzt hier auf das Vivimaster-Collector-Programm draufklickt, sehen wir nämlich hier unten unter dem UUPV 0.1 jetzt auch das UUPV 0.2. Und wenn wir dort draufklicken, kommen wir tatsächlich zu dieser Seite, wo hier nochmal alles aufgeführt ist, was jetzt tatsächlich dann auch relativ zeitnah anscheinend kommen wird. Crypto-to-Jam, Omi-to-Jam, UUP-Tickets kaufen. Die Vivi-Job-Waitlist wird unter anderem ja auch mit einbezogen. Burn-Reward-Points, Omi-Reward-Tiers, Omi-to-NFT, Omi-to-Accessories und so weiter und so fort. Und das Spannendste, was ich tatsächlich auch hier nochmal rausgefunden habe, ist hier eine Stelle bei Omi-to-Accessories. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant für den Omi-Burn, nämlich selber. Und zwar nämlich, any Omi-Tokens spent on accessories, items will be sent to Vivi Reserve Wallet to be permanently burned by the sale of Vivi-NFTs. Das heißt, jeden Omi-Token, den man sozusagen für Accessories ausgibt, wird mehr oder weniger in ein Wallet gesteckt, was dann im Prinzip über eine längere Zeit geburned wird, aber tatsächlich nicht mehr im Circulation Supply ist. Das heißt, insgesamt mit dem gesamten UUP bzw. dem Loyalty-Programm, das wir jetzt hier bekommen werden, insgesamt über die nächsten Monate und Jahre, wird es einen massiven Omi-Burn geben. Wenn ihr euch mal vorstellt, tausende Leute brauchen hier Accessories in der Vivi-App und müssen dann auch natürlich Omi-Token burnen, um diese zu bekommen oder MCP nutzen beispielsweise, dann wird das hier einen massiven Einfluss auf den Circulation Supply vom Omi-Token haben. Natürlich auch je nachdem, wie teuer dann auch wirklich Sachen sind, die mit Omi gekauft werden müssen. Wenn wir jetzt hier natürlich von 5 bis 10 Euro reden, das ist natürlich dann nochmal was anderes, als wenn man jetzt hier zum Beispiel 1000 Dollar in Omi ausgeben muss, um zum Beispiel ein bestimmtes Accessoire zu bekommen. Das wissen wir bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Es wird aber sehr, sehr spannend werden und natürlich hier, wie gesagt, auch einen massiven Einfluss auf den gesamten Omi-Burn haben. Und nachdem wir uns erstmal jetzt das gesamte Neue angeschaut haben zum Omi-Token, schauen wir uns doch auch natürlich heute nochmal den Markt an, denn der hat tatsächlich relativ genauso reagiert, wie ich es in meinem letzten Video auch mir angeschaut habe. Momentan sind wir hier 20% im Plus und insgesamt seht ihr hier, geht es auf jeden Fall steil weiter nach oben. Und wenn wir uns das Ganze hier auch nochmal auf dem Chart anschauen, sieht man eigentlich wirklich perfekt. Wir hatten jetzt hier gestern darüber gesprochen, da war der Omi-Token so in etwa hier bis hier absorbiert, habe ich gesagt. Also rein technisch gesehen sieht das halt einfach so aus, als wenn hier es auf jeden Fall weiter nach oben geht. Gut, es war natürlich auch, muss man einfach sagen, die Kombination jetzt auch mit dem Artikel nochmal sehr, sehr hilfreich. Insgesamt sind wir jetzt hier in den letzten zwei Tagen roundabout 23% nach oben. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Gut, wir sehen jetzt auch hier, da haben wir auf jeden Fall nochmal eine weitere Resistance jetzt gerade, die wir uns vornehmen müssen. Ansonsten könnte das hier unsere neue Support werden, das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig wäre. Und ja, jetzt wird es auf jeden Fall interessant, schießen wir hier weiter durch, machen wir nochmal einen Rücksetzer. Wie geht das jetzt weiter und wie viel FOMO ist jetzt auch im Markt? Ich persönlich merke das auch gerade bei mir, ich habe schon sehr viel FOMO und auch in der gesamten Community sehr, sehr viel FOMO. Deswegen für jeden, der auf jeden Fall jetzt gerade denkt, okay, jetzt muss ich gerade noch einsteigen und unbedingt was kaufen, haltet am besten gerade wirklich die Füße still. Wartet erstmal lieber ab, denn am Ende kommt noch eine größere Korrektur und dann hättet ihr deutlich günstiger nachkaufen können. Deswegen jetzt gerade ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Emotion im Markt. Ich persönlich warte auf jeden Fall momentan hier mit meinen Käufen bei OMI. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall auch noch den nächsten Comic-Drop an und das ist Fantastic Four, Hashtag 66 aus dem Jahre 1961. Und natürlich wie immer mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Cover. Außerdem sehen wir hier die First Cameo Appearance of Adam Warlock und das sind einmal hier die Cover, die wir sehen werden. Mir persönlich gefällt hier die Ultra-Rare extrem gut und auch das Comic selber ist jetzt nicht allzu schlecht, muss man ganz klar sagen. Eine 9.8 hier 2021 für durchschnittlich 20.000 verkauft, eine 9.6 für 4.500. Wenn man aber sich hier anschaut, wie die Preise dann auch runterrasseln, ist das jetzt ein nicht so krasses Comic. Es ist jetzt aber auch nicht super schlecht. Also so ein gutes Mittelmaß würde ich an dieser Stelle sagen, ist für mich an dieser Stelle aber tatsächlich ein Skip. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf fix die Drop-Details an. Für den heutigen Comic-Drop-Auswann nämlich Ankenning, Avengers Hashtag 1. Hier sehen wir das natürlich wie immer, auch mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Cover. Mir persönlich gefallen jetzt die Cover bis auf die Segure tatsächlich gar nicht. Und hier sehen wir eine Editionzahl von 7.500 Stück und im Listenpreis von 7 Gems. An dieser Stelle nicht wirklich ein super besonderes Comic. Ansonsten noch ein kurzes Update hier, Disney Princess Poster-Job. Und zwar hier schreiben die, thank you for ongoing patience regarding this job. We have identified users that are doing refund and will proceed this in the next 24-48 hours. Das heißt, ihr könnt so auf jeden Fall die nächsten ein bis zwei Tagen hier entweder mit einem Refund oder auch mit anderen Sachen rechnen. Das heißt, auf jeden Fall hier Augen offen halten. Und falls ihr auf jeden Fall hier betroffen seid, solltet ihr bis zum Freitag hier auf jeden Fall nichts zurückbekommen haben an Gems und so weiter und so fort, meldet euch auf jeden Fall bitte beim Vivi-Support und dann wird das hoffentlich für euch geklärt. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgenmittagabend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.